Teilproblem 1. Der Hamster soll bis zum Berg laufen. Ja, das Problem, das Teilproblem ist relativ einfach zu lösen, deswegen schreiben wir es direkt hin. Weil vor und frei, vor, das heißt der Hamster läuft bis zur nächsten Mauer, bis zum Berg und legt dort ein Kornabgib. Das zweite Teilproblem ist noch etwas komplexer. Der Hamster soll den Berg erklimmen. Und daher zerlegen wir es wieder in noch einfachere Teilprobleme. Und zwar formulieren wir, weil nicht Gipfel erreicht, erklimme eine Stufe. Solange wie der Gipfel noch nicht erreicht wurde, soll jeweils eine Stufe erklommen werden. Ja, und die Teilprobleme, die jetzt zu lösen sind, sind noch, erklimme eine Stufe als Prozedur zu implementieren und sich Überlegungen darüber zu machen, wann ist der Gipfel erreicht, in dieser Wohlschirmfunktion.